hallo ihr lieben hier bei grondosmo 7 mit dem ford focus rs von 2018 im schönen hellblau mit den einstellungen hier geht es zum race of turbo nach interlagos genau 699,96 lp fast genau die 700 ich bin gespannt wie er sich fährt mein erstes rennen mit dem auto die bray gibt es anschließend natürlich auch die bray gibt es nicht so weit Ja, die Lenkung ist noch nicht okay, mal ein bisschen. Das war ja ganz schön gut. Hm. Wird man da wenig zu sagen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Rennen, wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne einen Like da, würde mich freuen, bis zum nächsten Mal, bye bye! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020